wie mache ich denn das mit welcher taste kann ich noch mal etwa der hier ich glaube das ist ein guter zeitpunkt na gut wir haben bisschen was verloren aber nicht sonderlich viel schild halt vor allen dingen alter ich bin grad voll weggekippt so ich hoffe dass es gewesen bin mir noch nicht sicher wieso blinkt der radar um so komisch da unten auch ich hasse diese jump run einlagen ich bin ja überhaupt gar kein freund von geheimnis gefunden hauptsache wir haben den oh nein ähm wie komme ich jetzt hier wieder hoch ja uah ist das ekelhaft hier so sonst haben wir nichts wir sind jetzt da unten da drüben kriegen wir noch eine ein präturin punkt äh ich hasse die hölle ich hasse es hier wie die hölle gib mir das usb ach windows 95 toll klar wir sind ja auch in der hölle da kriegt man nur scheiße äh ja wieso fliegt die hölle überm himmel was ist da los haben die neulich einen umzugsauftrag äh erledigt na viele haben wir nicht mehr dankeschön und wir haben ungefähr alles und errungenschaft blitzwechsel oh was war das denn gerade komisch so das nehme ich zielerfassung salve die bleibt uns immer treu die werden wir immer nehmen der rest ist mir egal und wir gucken mal weiter ich hab hier halt absolut gar keine heimstube oder sowas er darf den Schmelztegel nicht erreichen ok ok ho 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 ach die betteln sich gerade gegenseitig da kann ich mein neulich jetzt hier rausziehen entschuldigung der ist ja eh dead der des jahres ah das wars schon also wie kommt der jetzt darauf seine leute auf mich zu hetzen er sieht doch die ganze zeit schon dass wir den massiv auf die fresse hauen entschuldigung er glaubt doch nicht dass er jetzt einen unterschied macht und dem jetzt bescheid sagt oder später so keine ahnung was da gerade angesegelt kam ah jetzt wissen wir es das war doof ich wollte ah ich wollte den vorsprung erreichen und dann wollte ich noch mit ner luft umkehren weil ich dachte das ist zu weit ah ah Ohhhhhhhhhhhhhhhhh... Ohhhhhhhhhhhhhh... Ach so, dann wie Benjamin Blümchen. Hört auf, dann schmeckt sich. Oh Mann, das ist so ärgerlich. Wir hatten eigentlich eine gute Runde. Wie immer. Ähm... Nein... Ich hab's mir fast gedacht. Wir hatten eigentlich echt eine gute Runde. Also die Runden, ne? Wir kriegen das ganz gut hin. Das war gerade einmal nur ein Dämlichkeitsfehl. Aber, shit happens! The shit is am happening! Das Ding haben wir jetzt auch schon. Das brauchen wir nicht. Er darf den Schmelstiegel nicht erreichen. Na gut, wenn die gegen sich kämpfen... ...sollen sie mal machen. Ich halt mich da bescheiden zurück. Guck mal, wie die sich komplett gegenseitig bekämpft bekriegen. Ich lass sie erst mal... Oh! Ich dachte grad, die Tür ist zu. Ich lass sie erst mal. Ich stell mich hier schön hin. Beobachte das Ganze. Und ehrlich gesagt, ich mag das extrem, wenn die sowas machen. Wenn die sich alle gegenseitig bekriegen. Das find ich immer total geil. Fand ich auch schon bei den alten Doom-Teilen geil. Wenn die sich gegenseitig treffen, dass die dann einfach anfangen sich gegenseitig zu häckseln. Und du stehst daneben und denkst dir win. Einer ist schon erledigt, oder fast erledigt. Guck mal, der interessiert sich im Scheiß für mich. Guck mal, der interessiert sich im Scheiß für mich. Weiter geht's. Könnt aber gleich gegen mich gehen. Bin mir nicht sicher. Oh! Oh! Du Arsch! Hab dir gar nichts getan. Oh, das war's. Ah, die sind noch nicht fertig. Sehr, sehr gut. Alter! Ihhh! Mit dem eigenen Bein ausgerissen und verprügelt. Feier ich schon ein bisschen. Muss ich zum Leben? Oh, oh! Wo ist er denn hergekommen? Boah! Alter, jetzt läuft's aber nicht mehr so gut wie eben gerade. Weil ich jetzt so selbstsicher war. Weil's eigentlich ganz gut lief. Ist ja auch ein Scheiß da. Kommst du in die Hölle. Und bist sofort tot. Du wirst geboren und bist sofort tot. Du wirst geboren und bist sofort tot. Das ist mein Jump, ey. Lass mir das. So, ich hoffe, das haste noch nicht. So, ich hoffe, das haste noch nicht. Oh, fuck. Nein! Oh, fuck. Nein! Oh, fuck, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, na klar, realistisch. So, lecker, happen. Wer, wo? Wer ist denn noch übrig jetzt? Ähm, ich höre was, aber ich sehe nichts. Ah, du bist es, mein Freund. Entschuldige bitte. Hat sich jetzt ein bisschen verzögert, Entschuldigung. War jetzt gerade oben so ein bisschen am rumeiern, weil ich dachte, da oben ist mehr Action als unten. Wir waren immer ein bisschen sicherer. Okay, selbst ihresgleichen verschonen sie nicht. Der hängt da fett mit der Axt im Bein an der Wand. Kann aber auch sein, dass vielleicht einer von uns den damals dran geballert hat. So, ich brauche noch ein bisschen Rüstung und noch ein bisschen Muni. Und wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Da drüben, das Ding haben wir uns nicht geholt. Und da oben links geht's weiter, da kriegen wir noch ein bisschen Rüstungsteil. Hier oben links, irgendwo. Das geht nicht mehr. Ah, großartig. Das wollte ich gar nicht. Fuck, das ist hier zu eng. Ich muss den kleiner machen, hier war es einmal zu eng. Die einfach von hinten spawren, die Feigenschweine. Brauche ich ja gar nicht. Ey. Alter, hat er mich getroffen. Hey, da hat er mich getroffen. Alter. Und das in dem Flur ist Alter. Nein, falsche Knarre. Alter. Einmal die falsche Knarre ausgewählt. Schon die ganze Strategie im Arsch. Alter Schwede. Aber gut, wir sind durch, wir leben. Gebt mir das USB-Ding. Geheimnisse laufen eigentlich auch ganz gut. So, nochmal alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich glaube, hier, davon kann man nichts mitnehmen. Ah, hier vielleicht ein bisschen. Scheiße. Boah, das war gerade ärgerlich. Und da war ich gerade voll eingekeilt zwischen allen. Das hätte ganz böse ausgehen können. Oh, Zwillinge. Oh, na klar. Äh, erstmal kurz kratzen. Hallo! Wir können da lang. Hier wollte ich vorhin rüberspringen. Das war das nämlich. Ja, ja, ich wollte mich schon vorgreifen, weil ich so schlau bin. Das ist der Grund. Was für eine jammelige Ausrede. Irgendein Secret habe ich übersehen. Irgendein Secret. Hey, Töte zwei Kakodemus mit einem Schuss. Cool. Was für ein Secret kann ich denn mal sehen haben? Hier oben haben wir alles mitgenommen. Ah, vielleicht ein Doom-Level. Aber der kann ja noch gar nicht hier gewesen sein. Ich weiß gar nicht. Da hinten vielleicht irgendwo. Ja, wahrscheinlich da hinten. Die haben ja noch keine Auto-Map. Irgendein Secret wird es hier noch geben. Es wird wahrscheinlich der Doom-Level. Ah, das war so klar. Ah, das war so klar. Es war so klar. Ach, du Scheiße. Ich glaube, es wird immer schöner. Was zum Teufel. Da ist unser Symbol. Ein bisschen mehr Rüstung wäre schön. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe Angst vor dem, was das hier bedeuten mag. Iiii. 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 Warum liegen die hier? Nee. Oh. Danke. Ach du Schau. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich ahne Bündnis. Halt, falsche Knarre. Okay, immer wenn er angreift. Boah. Wir machen keine guten Fortschritte. Oh, oh. Das war's für heute. Alter Was? 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 Oh Fuck nein Oh, leck mich am Arsch, ist der mies Leck mich am Arsch, ist der mies Alter, macht der Moves Boah, macht der fiese Moves Alter, das ist so gemein An dem werde ich nie vorbeikommen Das ist vorbei, die Nummer ist durch Ich, ja, das war's mit Doom Ciao, mit V Wie soll ich denn besiegen? Oh Gott, 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 oh Gott Obwohl, wir waren gar nicht so schlecht Es dauert halt nur so lange Wir waren gar nicht so schlecht Es dauert nur so lange Und ich muss mich da ein bisschen konzentrieren Ach du Scheiße Oh Alter Okay, ich halt immer gelockt die ganze Zeit Vielleicht hilft das besser, oder hilft das mehr Testen wir das mal Huch, irgendetwas hat gerade gehakelt Wow Wie konnte ich mich das treffen? Ja, 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 los, kipp das Achso, ich dachte explodiert das schön Huch Höllenwächter, nein, was? 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 jetzt noch kommt.